Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Klarstein Grenoble Elektrokamin. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Kamin für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Kamin unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, so langsam beginnt die düstere und kalte Jahreszeit wieder. Jetzt gibt es doch nichts Schöneres, als sich in seiner wohligen und gemütlichen Wohnung aufzuhalten. Mit einem Kamin lässt sich das romantische Ambiente noch besser verstärken. Deswegen ist es grundsätzlich schon mal eine gute Idee, sich solch ein schönes und durchaus auch praktisches Deko-Element zu erwerben. Bei diesem Kamin hier hat mir vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gefallen. Worauf sollte man hierbei achten, wenn man sich einen Kamin anschafft? Nun ja, vor allem der Energieverbrauch ist natürlich unglaublich wichtig. Denn machen wir uns nichts vor, hier gibt es auch immer Fixkosten zu beachten. Das ist nicht wie ein Tisch, den du dir irgendwo hinstellst, sondern hier muss man schon ein bisschen mehr beachten. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Tipp an dieser Stelle. Deswegen sollte unter anderem darauf geachtet werden, dass der Grundpreis vom Kamin nicht zu hoch ist. Und ich bin der Ansicht, dass das hier definitiv fair ist, aber gar keine Frage. Im Grunde genommen muss jeder Freund der wohligen Wohnatmosphäre das Preis-Leistungs-Verhältnis für sich selber beurteilen. Ich finde das hier gut, aber das ist natürlich deiner Meinung offen. Über das Design lässt sich immer streiten. Geschmäcker sind verschieden. Ich finde, dieser Kamin hier passt sowohl in traditionelle als auch modern eingerichtete Wohnungen ideal. Aber das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Umgebung an. Also am besten kannst du natürlich entscheiden, welcher Kamin sich am besten in deiner Wohnung macht. Ich kann hier vor allem nur das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten. Und ich bin der Ansicht, dass ich das bei diesem Kamin hier definitiv sehen lassen kann, weswegen ich hier auch in der Tat eine Kaufempfehlung ausspreche. Das Amazon-Angebot zum Kamin werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.